Man möchte den Filmemachern einfach ganz oft sagen, pass doch bitte auf. Hallo zusammen bei die Filmfabrik. Es gibt jetzt die elfte Folge von den Filmfehlern, aber auch hier gibt es wieder nur 10. Wir starten heute mit einem klassischen Fall von mangelhaften Continuity Management, also das sogenannte Community Management sagt ja aus, was passiert und wie geht es weiter. Da hat man bei Chroniken von Narn ja gar nicht aufgepasst, es gibt nämlich die Szene, in der Peter so ein Stück aus seinem Hemd, da ist so ein Loch im Hemd und ein paar Momente später, da sieht man, dass dieses Loch einfach viel, viel, viel größer geworden ist und logisch, man weiß auch, wie das entsteht, nämlich die eine Szene wurde dem einen Tag geschossen, die andere an dem anderen, aber eigentlich macht man dann Bilder, um zu checken, okay, passt das jetzt genau, wie es gestern oder vor einer Woche war? Das wurde hier nicht gemacht und dementsprechend gibt es einen Filmfehler auch bei Chroniken von Narn ja. In Snow White and the Huntsman verändert sich Charlize Theron's Frisur wirklich auf Knopfdruck. Es gibt ja diese Szene, in der taucht sie als diese böse Hexe einmal in diese Milch und geht wieder heraus und man sieht eben erst, dass sie so diese Hochsteckfrisur hat, alles ganz kurz, sie geht in die Milch und als würde die Milch einfach jegliches Haarspray auflösen und alles rausholen, was sie da irgendwie als Steckfrisur reingepackt hat und sie kommt aus der Milch raus und sie hat plötzlich lange Haare. Ist schon klar, es sieht irgendwie geiler und ein bisschen erotischer aus, wenn die kompletten Haare auch lang sind und voller Milch sind, dann sollte man sich aber vielleicht erstmal überlegen, muss sie dann da mit einer Hochsteckfrisur rein? Nein, muss sie nicht. Soweit ich mich erinnern kann, auch das erste Mal dann jetzt dabei, die Truman Show und es gibt ja die Szene, in der Jim Carrey in dem Boot ist und dieser Sturm kommt und er versucht sich mit dem Tau irgendwie so festzubinden und festzumachen und man sieht in der einen Szene, dass das Tau auch am Oberkörper befestigt ist und einen Umschnitt später ist es weg vom Oberkörper und es ist nur noch an den Beinen und auch da muss man leider feststellen, das geht so nicht. Auch in Life of Pi ist ein Missgeschick passiert. Es gibt ja die Szene, in der Pi in der Tanzstunde Anandi das erste Mal trifft und sie gehen danach gemeinsam zum Markt und sie möchte ihm noch alles was zeigen und man sieht eben auch dann im Vordergrund ein Mädchen sitzt nur mit Haaren und plötzlich nach ein paar Umschnitten hat sie Blumen im Haar und man sieht aber überhaupt nicht, dass sie da irgendwas macht mit Blumen oder dass sie sich irgendwie bewegt, nein, plötzlich sind einfach Blumen im Haar und das macht natürlich überhaupt gar keinen Sinn, weil, ich meine, ich hab ja jetzt sicher auch auf einmal plötzlich ein anderes T-Shirt an oder andere Blumen, vor allen Dingen andere Blumen im Haar, ne, oder Hauptblumen im Haar und da hat man einfach nicht aufgepasst und die Szene eben ein paar Mal neu gedreht und vielleicht war das auch einfach so eine kleine Rotznase, die sich gedacht hat, so pack, jetzt ärgern wir die mal. Kann ich mir ja auch gut vorstellen, ne, wenn man irgendwie so einer großen Produktion ist und denkt so, ha, mal gucken, ob es irgendjemandem auffällt, der kümmert sich hier eh immer nur um die großen Stars, ich male mir jetzt mal was ins Gesicht und guck mal, ob ich irgendwann auf YouTube lande. Wenn das die Intention von dem kleinen Mädchen war, kann ich nur sagen, du hast es geschafft. In den 80ern wurden ja viele Tanzfilme gedreht, so auch Foodlose, was ja ein ziemlich großer Hit war und dort ist es eigentlich nicht nur ein Filmfehler, sondern echt ein dicker, fetter Fauxpas, bei dem ich es mir auch nicht erklären kann, warum der nicht aufgefallen ist. Der Film spielt ja selber in Iowa. Es gibt aber hier die Szene, die ihr auch hier in dem Bild sehen könnt mit Kevin Bacon, da sieht man im Hintergrund die Rocky Mountains. Verrückterweise sieht man aber die Rocky Mountains nur, wenn man in Utah ist. Also warum lasse ich einen Film in Iowa spielen, drehe ihn aber in Utah, vielleicht weil es günstiger ist und was auch immer da vielleicht eine Rolle gespielt hat, aber dann suche ich mir vielleicht einen Ort aus, in dem nicht ganz offensichtlich die Rocky Mountains drin sind. Das hat keiner bedacht. Den Kinozuschauen war es auch ein bisschen egal, der Film war ja ein Hit, aber wenn man kritisch das hinterfragen möchte, stellt man sich auch dem Regisseur einfach mal hin und sagt, Junge, was hast du denn da gemacht? Ihr wisst ja, eigentlich gibt es in jeder Folge so diesen kleinen Korinthen-Kack-Fehler, wo wir dann ganz genau hingeguckt haben und uns dann auch so ein bisschen als die Überlehrer aufspielen. Und das ist jetzt wieder der Moment gekommen aus Thor. Da gibt es nämlich eine Szene, da sieht man so einen Wagen von S.H.I.E.L.D. und da sieht man eben, dass vorne, also vorne an der Scheibe so ein Kaffeebecher umgefallen ist. Das liegt also umgefallen im Bild. Beim Umschnitt steht dieser Kaffeebecher aber wieder und beim nächsten Umschnitt liegt er wieder auf der Seite. Das sind unfassbare Kleinigkeiten und es ist fast ein Unding und eigentlich unmöglich, sich auf jedes kleine Detail zu konzentrieren bei so einem Filmdreh. Aber es gibt eben Menschen, die schauen sich das alles ganz genau an und das ist halt dann eben streng genommen auch ein Filmfehler. Dark Shadows ist jetzt nicht gerade mein Lieblings-Tim-Burton-Film, ist für die Filmfehler aber egal, denn hier geht es ja darum, was habt ihr denn falsch gemacht? Und bei Dark Shadows ist es auch so, dass Barnabas einmal, also gespielt von Johnny Depp, einmal in diesem Sarg gezeigt wird, wie er da drin liegt, wie er da aufsteht und so weiter und so fort und dort ist einfach wirklich nur dieser Sarg zu sehen. In einem Umständen aber ist auf einmal auch der Deckel an der Seite und das macht ja auch keinen Sinn. Ich meine, auch wenn da ist überall immer mit so ein bisschen Magie und Vampire und Co. immer ja was passiert, aber warum der Deckel erst da ist und erst dann wieder nicht, beziehungsweise umgekehrt, das kann man nicht erklären. Und bei Tim Burton, bei Dark Shadows aus meiner Sicht kann man sich so einiges nicht erklären, aber das ist keine Filmkritik, die gibt es ja an anderen Tagen hier. Das ist jetzt ein Filmfehler und deswegen eben auch heute hier dabei. Auch Mr. Beanersteller Rowan Atkinson ist nicht filmfehlerfrei, denn in seinem Film Johnny English sieht man ja, als er in diese Beerdigung reinstürmt, dass er sich mit einer Frau unterhält und man sieht eben direkt hinter den beiden, dass unmittelbar dahinter eben diese zwei Herrschaften stehen. Beim Umschnitt und in der Totalen sieht man aber völlig egal, wie die Kamera eingestellt wäre und egal, wie die, in welchem Winkel sie stehen würden, sie können definitiv in dieser Szene nicht hinter Rowan Atkinson gestanden haben. Das heißt, der Regisseur hat eben, egal wie er es gedreht hat, immer die Leute wieder neu gestellt und nicht darauf geachtet, dass sie eben wieder richtig stehen, wie man es in dieser einen Szene gesehen hat. Auch in dem Hitmusical aus dem letzten Jahr, Les Miserables, ist ein ziemlich massiver Filmfehler passiert. In der letzten Szene steht ja Jean Valjean bei Marius und möchte ihm erklären, was er jetzt zu tun hat, wo er hinlaufen soll, verstecken und so weiter und so fort. Und in dieser Szene ist hinten eine nicht zu übersehene, richtig dicke, fette Kommode, die mal da ist und mal nicht. Und da muss man doch wirklich sagen, also das fällt doch jedem auf. Ich habe ja wirklich auch mal Kleinigkeiten dabei, hier fehlt mal da ein Zipfel, da da mal was. Aber eine Kommode, Leute, eine riesengroße Kommode, die muss doch irgendwie beauffallen, ist aber nicht. Umso schöner, sonst könnte ich mich jetzt nicht so aufregen. Eine Kommode. Und der letzte Filmfehler ist dieses Mal aus unserer alllieblingsromantischen Komödie, zur Weihnachtszeit tatsächlich Liebe. Und es gibt ja den Moment, in der Billy Mac, also dieser alterne Rockstar, gespielt von Bill Nighy, bei Top of the Pops ist und er sagt so, hey, ich habe hier einen fantastisch tollen Filzschreiber, den wir verlosen, da kann man tolle Sachen mitmachen. Und malt dann ja auf dieses Blue-Plakat da drauf, wir haben alle kleine Schwänze. Und wenn man genau darauf achtet, sieht man aber, dass diese Sprechblase einmal so aussieht und eben einmal anders. Man braucht also mehrere Anläufe, um diese Szene zu drehen, hat aber eben nicht darauf geachtet, dass die Sprechblase gleich ist. Und auch die Schrift ist so minimal eben anders. Aber ich meine, wenn man das ein oder andere Mal schreiben möchte, ihr habt kleine Schwänze, beziehungsweise wir haben kleine Schwänze, dann kann da schon mal ein Fehler passieren, wie eben auch in 100 anderen Filmfehlern, wie nämlich in all den alten Folgen hier. Schaut da gerne mal vorbei, da sind doch einige nette Sachen dabei. Wenn ihr jetzt aber sagt, so, well, nee, ich warte doch eher auf den neuen Transformers-Film, der kommt ja jetzt auch in Kürze raus, habe ich euch die Review hier unten verlinkt, schaut da gerne mal vorbei und dann sehen wir uns bald wieder bei einer neuen Filmkritik hier bei die Filmfabrik mit mir, dem Dominik.